moin leute und willkommen zurück zu so ich muss hier weg tschüss wieso peinlich 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 verstehe ich nicht mann 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 das verstehe ich weg tschüss bin fertig vor allem das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus wenn man gerade auf der map guckt und dann so diese eure digitalen ist mit den bewegungen sieht hat ich heiße gemacht hat dich heiße macht aber richtig ich weiß ja was du heute nacht da machst schlafen guck sie vor das video noch mal wir haben jetzt 0,4 kilometer das reicht das reicht aus ich hab mir niemals bevor ich das video nicht noch mal angucken ich kann nicht mehr oh feinde wer greift die denn an ich nicht vor allem so ein gelber der droppt bestimmt was der ist aber level 18 ich treffe die da nicht mal die sind alle level 18 ich glaube wir sollten hier nicht so unbedingt die es auch kriecht so wie es aussieht mit welchen sind ja noch mehr gegner ich bin ich fast da und ich auch hier sind ja noch mehr gegner ich bin da und du bist ja echt weit hinten ich hab da gesagt ich glaube das ist kann ich bin hier in fünf ich bin auch erst da und dann freut dass ich ja dicke ja komm her einfach den fußweg weiterlaufen ich komme zu dir nikki wenn du zurück schießt schießen die doch auch zurück die gruppe aufgelöst hast ich habe gar nichts aufgelöst na klar bis einfach abgehauen du feige sau 132 meter da will ich starten genau in den gegnern ich komme zu dir im todeverein warte ja bin ich denn jetzt hallo du auch hier tschüss das war schon sehr dramatisch ich bleib noch ein bisschen ok ich rette dich oh mein gott wo ist der fiese festsack ich sehe nicht getötet durch straßen fäger na toll die straßen fäger wo starten wir jetzt wieder zivilisten will wasser haben dann möchte ich gleich eine wanderhose bekommen hallo beige ach jetzt geht's beige jaja beige du siehst schon so aus wie beige ich bin ja sogar gleich mal anzuhören hattest du keine hose an oder hat doch aber ich hatte ne jeans azur an und keine beige warnung sie entfernen sich aus dem sicheren bereich siehst du wieder nicht ne verstehe auch nicht können wir denn jetzt da mal zu dieser mission rennen ist ja nicht ruf von dir so lange braucht das war dramatik wir haben gewartet dass wir uns noch rett ist oder so ja wollte ich ja aber ihr habt ja einfach aufgegeben haben wir nicht doch sind gestorben einfach das war so ein richtig schönes serienfinale also theoretisch laufen jetzt wieder durch den kampf wir werden mal besser angehauen wow wer war das denn ja du ja genau wer ballert denn jetzt schon wieder alle einheiten rikers sperren die straße in der 47. west und 19 pass doch mal auf wo du schießt auch was blau ist was was blaues kleidung liegt da ich bin ja in vorderster front und sie looted bei dir ist man im 2 schuhe meine neuen sneaker war die konsole benutzen dann kommt geht es hier aber weiter in welche konsole ja mach ich hier dann kommen wir wieder ganz viele verstärkung anfordert ich gehe mal um da und da hinten liegt noch loot sehr gut wieso hat denn der so ein gelbe flüssigkeitssymbol nehmen sie gehabt vielleicht explodiert ich denke mal das ist eher der lust tropfen da steht ja wieder voll in der menge drin ich bin auch gleich weg wieso kann ich mich nicht heilen was ist da los brauche ich mal hier hin die spüren danke einer geht da oben die treppe hoch noch einer geht die treppe hoch der einen habe ich voll im korb geschnitten wie hast denn das ding jetzt eigentlich geworfen wie eine granate aha ok oh lol das ist explodiert ja wenn es ausgelaufen ist dann probiert wer ist denn der typ hier neben mir ich weiß nicht wer neben dir ist die will ist glaube ich ja ja genau den meine ich der ist der verhört der kommt von hinten und wo alles auch noch mehr jetzt oh einen habe ich 5.000 oh shit Oh, hinter mir, hinter mir. Komm, auch noch ich. Oder? Wo kommen die denn? Jetzt sind es ein paar mehr hier. Oh, Granate bei mir. Oh, die kommen jetzt von beiden Seiten hier. Ich bin gleich tot. Wie war denn hier selbst heilen? Scheiße, V. Bin down. Bin auch gleich schon wieder down. Bin down. Krabbel mal zu Niki. Pass auf, direkt. Geht von dir ist auch jetzt. Oh, Granate hat mich erwischt. Der hat mich selber. Ich bin kaputt, die macht gerade. Sagt meinen Kindern, dass sie kein Erbe bekommen. Wo ist denn ein Schnorfer hier? Ich liege hier nebenan. Der Lilane ist neben uns links. Ein Agent in ihrem Team ist vernetzt und braucht Hilfe. Wo ist er denn? Hat er? Niki ist auch da, ne? Pass auf, Granate. Granate. Oh, Flashbang oder so. Alter. Die sind jetzt schon etwas härter, die Mission, ey. Haben sie hier gleich zurückgekommen? Yep. I'm on my way. Ja, eigentlich nicht. It's more way. Ich bin aber auch gleich down. Oh, ich bin down, ja. Lebt noch einer? Nein. Ach, wir haben die ganze Zeit da alleine gekämpft, Niki, oder? Ja, ich war doch schnellste Zeit weg. Na, dafür sind wir noch gut weit gekommen, dann. Denn wir waren auf einmal wieder so extrem aufgeteilt, ne? Ich hab nicht mitgekriegt, dass plötzlich von hinten welche gekommen sind. Ja, sind von beiden Seiten dann gekommen, ja. Und dann hatte ich plötzlich eh neben mir und dann war ich im Prinzip schon weg. Hm. Oh, ich hab hier einen Clown. Hallo, Clown. Tschüss, Clown. Aufgeben. Neustart. Vor allem, wir sind 100 Meter gekommen. Na, immerhin. Und unser eigentliches Ziel ist eigentlich, äh, was anderes. Geil. Wird ne lange Runde. Jetzt, wir müssen ja immer noch durch diesen Kampf dadurch. Na gut, wir müssen ja das Teil da nicht starten, wenn wir die ersten kaputt gemacht haben. So, kann man, muss man hier irgendwie Muni aufladen? Besser als wahr. Warnung. Juhu. Juhu. Wieso kann ich das hier hinten nämlich jetzt noch looten? Yeah. Ja, da vorne liegt auch noch so viel Loot. Oh, da ist ein Lilander. Ah, der zählt jetzt immer noch als Kampf, oder? Weil die sind markiert noch. Einer ist down. Oh, ich hab ne Smoke-Kanate irgendwo. Oh, ich hab keine Chance in der Straße. Aber sie. Ah, mein Auge. Ja. Nice. Easy. Das war ja leicht. Danke, sie haben die Straße geräumt. Wenn der Schnorcher mitspielt, dann ist das ein bisschen einfacher, ja. Nee, 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 nee. Wollen wir mal hier diese zu zweit? Mann, Mann, Mann. Wollen wir mal weiter lösen? Oh, da wird... Kann man denn dieses Geschütz abbrechen, oder muss ich an das Geschütz laufen? An das Geschütz laufen. Wenn ich jetzt die Tats... Also wenn ich's jetzt hier hinwerfe... Und dann E drücke, mach ich's nicht kaputt. Doch, geht. Von links, Gegner. Irgendwann nicht, weil du zu lange da rumstandest. Ach, ich glaub, Niki hat Durst. Die hat jetzt auch grad dieses Symbol. Ach, du hast was getrunken, ne? Ich bin, äh, ne Sprengfallereien. Haben wir bei dem jetzt sprechen, dann aufgenommen. Scheiße. Aber das hier hier ist eigentlich ganz, ganz geil, ey. Oh. Also, die schießen ja durch die Scheiben. Ach, von dem Ding hier, äh, okay. Ja, in dem Gebäude. Die Schweine. Den einen hab ich. Ist aber noch ein zweiter drin. Zwei Headers. Oh, hier sind drin Tiere. Krasse Scheiße. So, noch 0,2 Kilometer. Also, 0,2 Kilometer heißt ja noch zweimal sterben, mindestens so. So, hier liegt irgendwas rum, aber ich glaub, das hatten wir schon, oder? Analysiere Daten. Orta Agent. Drei von vier. Irgendwo hier drin, ne? Achso. Oder? Warst du runter? Hier ist nochmal eine Kiste. Mit Werkzeug. Hier, in der Garage ist das. Da gehört? Ja, ich bin doch hier. Ihr habt ja auch gesehen, die andere Kiste. Die Werkzeugkiste hab ich gesehen. Ja. Was, alle drei? Hm. Fisch. Hey, wo soll's denn jetzt sein? Was? War das schon fertig jetzt mit dem Agenten, oder? Ja, wir haben drei von vier gehabt und dann den letzten. Oh, ich sag auch noch ein Kiste. Da musst du es einsammeln. So, da vorne kommen jetzt die Gegner und da kommt dann noch der nächste Einsatz. Können wir eigentlich das Bäuste machen. Sammeln, wo? Wurde ich jetzt sagen. Okay, das hab ich nicht gemacht. Das waren ja wirklich drei Kisten. Also, hat das... Das hab ich bloß drauf gestellt, ja? Ja. Wieso, was ist denn jetzt noch ne Kiste hier? Draußen hier, oder? Ne, hier in der Werkstatt, drei ist an der Werkzeugkisten. Da ist nur eine. Lol. Wieso? Du hast vorhin gesagt, alle drei, und dann sind das wirklich drei. Nein. Wir sind keine drei. Doch. Aber hier hinten ist doch ne schöne dicke Tür. Na, wo denn? Na, da wo Niki steht. Hier? Dann in dem kleinen Raum. Und hier gegenüber auch gleich. Hier hab ich nicht. Wie hier? Hier vorne hab ich auch nicht. Ich hab nur die hinten, die, die versteckte Kiste. So, dann folgen Pause, oder? Juuu. Gut, dann. Pritzel, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.